Es geht nicht weiter, der Druckausgleich ist nicht nötig. Wir brauchen aber einen Druckausgleich. Beide brauchen hier Wasser drin. Oder mehr Luft. Ein von beiden. Das ist ein Rohr. Gehe ich dir mal raus? Nein. Aha. Druckausgleich machen wir also doch. Da schauen wir uns. Okay. Wir brauchen noch Wasser drin. Jetzt ist der Druckausgleich vielleicht etwas zu schnell passiert. Aber. Oh. Bin ich tot? Eigentlich schien das richtig zu sein. Daumchen drücken. Und. Es steht nicht, sie sind gestorben. Noch nicht. Ich glaube, ich habe es überlebt. Ja. Das hat geklappt. Ich war zwar ein bisschen weggetreten. Aber die Asche wird gerade in die nächste Station gefahren. sehr cool der tunnel ist kaputt würde ich sagen deshalb müssen wir jetzt auf diesem Weg durch den Tunnel. Wenigstens hat die Asche ihre eigene Einschienenbahn. Wir müssen gucken, dass wir mit durchkrabbeln. So, vorsichtig durchkrabbeln. Die Asche nicht wegläuft. Ui, sie schnell. Jetzt muss man aber beeinflussen. Bleib hier, ich würde wissen, wo hinfährst. Da tun sie doch irgendwann gar nicht mehr gut aus. Oh Gott, die Asche ist weg. Ich komm da nicht hoch. Nee, oder? Oh oh, da liegt einer. Oh oh, da liegt einer. Oh oh, da liegt einer. Komm, den hol mal raus. Kann ich dich noch retten? Was ist mit diesem Ort falsch falsch? Es ist nichts, was zu bemerken. Es ist nur der Warden, die seine Muskeln flexiert. Der Warden? Du meinst Wow? Hier hat er viele Namen. Warden, der Alpha. Wie in Sight Alpha? Ich dachte, das war es gemacht. Es ist gemacht. Es ist gemacht. Dann sollte jemand wirklich fangen, Johan Ross. Er sagt, dass es keine Grunde zu gehen, diese Tunnel zu gehen. Diese Section wird verlassen. Du solltest versuchen, ein bisschen Zeit in der Abyss zu spenden. Du wißt du, wenn das echt ist. Kathrin, move auf. Komm mit mir. Okay. Wie war es? Wiß nicht. Wiß nicht. Ich hatte die Anarche. Wiß nicht. Das wird... Wiß nicht. Im Moment dachte ich hatte, das würde etwas verschmerzen. Okay. Ja, und wieder einer weniger. Kathrin ist wohl hier irgendwie schon durchgekommen, aber wir kommen jetzt nicht mehr durch. Also das ist auf jeden Fall definitiv, dass ich hier nicht hochsprungen hochspringen kann. Nee, ich kann noch nichts wegfreuen. Also, die Arsche ist schon mal weiter, nur wie geht's nicht. Oh Gott. Also das war Ross, der das alles abschalten wollte. Der scheint sich hier irgendwie noch zu manifestieren. Ah, der stand hier. Guck mal hier. Ein Tunnel. Sehr eng, aber es klappt. Mal schauen, ob wir darüber jetzt... Oh Gott, wir sind wieder draußen. Wir sind wieder unter dem Meer. In 3.000 Meter Teep. Außerall. Ich hab' ich mal gehört, das ist da normal wegen der Lava-Dee austritt. Oder so. Oh, hallo. Oh, hallo. Na, Nele. Schön. Ich hab' sofort gekocht an dem Lava-Dee und probiere. Ich mag zwar kein Fischzeug, aber... falls ich junger fliegen würde, meine ich jetzt einfach mal. Okay. Ich hab' auf jeden Fall mal gehört, im Dunkeln immer beim Licht bleiben. Also im Meer immer beim Licht. Ich hab' in einen Unterwasser. Hier sind wir in einer Unterwasserhöhle. Vorher waren wir nicht mal draußen im Meer. Da war alles voller Strömung. aber hier ist ja schon richtig hübsch Lämmchen also die Richtung ist schon mal gut, die geht in Richtung wo die Arsche langgefahren ist also der Kost will uns auf jeden Fall helfen, auch wenn es ein Geist ist oder so der scheint irgendwie in diesem Struktur-Gil drin zu sein Alpha, hier hat alles begonnen jetzt sind wir doch nicht bei der Weltraumkanone, wir sind da wo die Wau ihr Herz hat oh Gott, wir gehen in die Höhle des Löwen jetzt wird es doch mal heftig das ist abutt willkommen wir spielen wieder zu Hause nein, hier ist gar nichts da können wir nichts daraus erkennen jetzt gehen wir mal hier lang da war richtig hier ist Peter oh wow wow warum geh ich eigentlich hier lang ich bin eigentlich lieber nur zur Arsche und weg hier aber es bleibt wohl kein anderer Weg da sind wir in einem Raum mit einem Helm ganz wichtig immer einen Helm anziehen und dann wegschmeißen ich will dir mal was trinken ich hätte hier einen Becher voller Lecken mit Salzwasser soo hier ist der einzige Raum ich muss wieder weiter gehen ich muss hier die Tür hoch soo aua aua die war schwer ja erst mal gucken wir mal hier hier geht es auch lang ich gucke wieder mehrere Wege ok der war sinnlos hauptsache wir haben den Flur mal gesehen also müssen wir dort hinein ja das sieht nach dem Serverraum aus wo diese Wächter Unit gebaut worden ist und hier soll auch irgendwo der ihr Herz sein hat sowas ja eben gesagt in Alpha ist das Herz der Baum vielleicht können wir sie dadurch töten dieses fiese Gerät wo die ganzen Zombies rumgelaufen sind bling 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 hier geht es weiter ok 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 und ok ok 2 2 2 4 4 5 9 10 jetzt wisst du bescheid Also das Strukturgel, was ich über mich geschüttet habe, damit ich ans Laufen komme, war wohl vergiftet. Das war nämlich in so einem Laborschrank. Sodass ich jetzt, wie er sagt, die Wau bekämpfen könnte. Also da braucht man nicht rein, da braucht man nicht rein, da geht's dann. Ja, dann vergiften wir doch mal die Wau, dann würde hier das ganze Viehzeug mal verschwinden. Das wäre doch auch nicht schlecht. Private Property. Boah, was ist das für ein riesen Ding hier wieder, was für eine Station wieder. Meine Güte, oh oh. Wow. Core Isolation. Laborate. What the hell is that? The Heart. It controls all the Strukturgel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint. And the Heart will unwillingly spread it across Pathos 2. Killing it. Feed it, Sondheim. Puss your arm into the heart. Höherumfändig. Come on. Do it. Können auch einfach weiter gehen, ne? Aber die hat mich schon so oft versucht zu quillen mit ihren Monstern. Ja, tut mir leid, aber... Du sterb. Det ist präppig. Es ist präppig. Es ist präppig. Es ist präppig. Oh Gott. Der wollte mich jetzt auch wieder töten. Oh oh. Jetzt ist es so sauer. Jetzt ist es so richtig sauer. Ich würde sagen, wie geht es das? Sorry. Ich habe die Funnel. Ich bin jetzt nicht hier. Jetzt sind wir wieder weg. Jetzt ist es vergiftet. Das ist gut. No? Das ist so. Oh Gott, sind wir kommen zum Beher? Nein. Wohin? Krass, wir können das wie steuern. Das ist krass. Nein! so lange guckt noch lehlich doch das war wieder aufladen hier unten kriegst da ich glaube dort ich habe mich ab du das gibt es auch hier unter Wasser der Kassi gut aus dass sie nachher ja das sieht nach einer Kanone aus Lass mich nicht kippen. Nee, triss mich nicht nicht. Schnell, weiter hoch. Äh! Ich war doch immer den Ultimate. Ja, ich hab noch Strom. Tut mir leid. Noch lebe ich. Jetzt bräuchte ich noch mal so'n Auflade-Brett. Oh oh. Ich bin schon schwach. Ich bin schon schwach. Ja, blöde deutsche Grammatik. So. Hör ich mich an, als wären wir aus Deutschland. Ich komme aus Köln. Das hat alles nicht so'n. Ja. So. Können wir mich jetzt noch mal kippen? Kommt. Ich glaube. Ich geh' zu. Ich bin schon schwach. Ich bin schon zu stark. Ich bin schon ganz schwach. Das kommt doch bestimmt auch noch hier rein. Das ist aber schnell. Mach, Kathleen. Mach. Alles zu hier. Danke. Wow. Wir sind in Omega angekommen. In der Weltraumkanone. Ja, gute Sicht. Der Druck ist leer. Das Wasser ist auch. Das sieht gut aus. Wir sind im letzten Labor. Wir müssen nur die Arsche bringen. Ich kann die Kanone packen. Schnellstraße zu den Sternen. Ich hoffe, das Ark hat es hier in einem Stück. Jetzt gucken wir nochmal hier. Hier haben wir schon mal einen schönen Raum. Die Sicht ist so schlecht. So verschwommen. Weil... Ja, da könnte ich sie schon reinstecken. Tue ich jetzt aber erstmal nicht. Alles rot? Doch. Ich glaube, ich muss sie reinstecken, damit sie das hier alles in Gang bringt. Genau. Die Sicht ist so schlecht, weil ich halt Angst hatte. Und deshalb... nicht mehr so viel Strom und so. Ich müsste hier so einen Teil finden, wo ich mich aufladen kann. ... ... ... Ja. 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 Das ist gut. Hast du gut gemacht. Ja. Dann suchen wir jetzt mal die Arsche. Ja. Ja. Dann bin ich bei der Arsch, wo sie auf die Arche geholt haben. Ja. 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 Ja, ich bin mit mir ein paar Ecken. Hm. Okay. Das Lounge-Team war nicht da, oder so? Okay. Lounge-Dom. Da startet das Ganze. Ah, da müssen wir wieder unter Wasser führen. Okay. Du weißt, ich wach in meinem Bett heute. Es ist einfach, dass es ein hundert Jahre vor passiert hat. Sieht wie ein Ritual. Das. Ich wach in meinem Bett heute. Ein hundert Jahre vor. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? So, dann gucken wir doch mal die Standardkarte nach. Also, wir sind der grüne Punkt. Da ist das Lounge-Sturm und da, wo es leuchtet, scheint die zu sein. Von dort aus müssen wir die Arsche da oben irgendwie reinkriegen, in den Lounge-Sturm. Na ja, gut. Okay. Sieht kompliziert aus. Rotes Kreuz weiß ich auch nicht, was das heißt. Da geht es wohl nicht lang. A satellite is loaded into a shell. The shell is accelerated by electromagnets along the barrel. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before aggression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Ja, okay. Wissen Bescheid. Tunneltransport. Ja, was heißt das jetzt? Laderaum Inhalt Arsche erfordert Manuel Entladung. Okay, ich kann gerade nichts machen. Das heißt, bevor wir den transportieren können, müssen wir wohl manuell dran. So, jetzt gucken wir mal hier. Eingehende Mail, ausgehende Mails. Ne, Leute, die raus und rein kamen. Besuch von Herbert. Start der Arsch. Ein letzter Besuch. Okay, gut. Lang auf, langweilig. Und Lock aufrufen. Ja, nichts besonnenlos. Nach 10 Jahren einwandfreien Betriebs wird die Omega Weltraumkanone abgeschaltet. Es bedurfte jedoch, eine Apokalypse entlassen zu werden. Komisch. Okay. Wir lassen mal hier auf Tunneltransport. Und gehen mal durch den Raum. Es ist verrückt, wo ich bin. Nicht nur ist es der Zukunft, sondern es ist in der Mitte des Sees. Ich weiß nichts von diesem Zeitpunkt oder was der Welt aussieht. Es ist nicht viel zu sagen, über das jetzt. Vor dem Komet, glaube ich, es war okay. Ja. Es ist besser nicht zu verkaufen. Ich könnte meine Meinung über den Arsch. Sind Sie sicher, dass sie mir nicht erzählen, was mit deinem Arm passiert ist? Ich hatte einen schnellen Moment an der Site Alpha zu helfen. Was? Wie? Warum? Ich habe ihn von torturingen die Erinnerung der Menschheit. Okay. Lass uns einfach zurückkommen. Good noch. Was werden Sie machen, wenn Sie in der Arsch kommen? Was ist die erste Sache? Make sure der Arsch ist sicher. Stabilize die Flugfläche. Activate Solar Panels. Was ist die erste humane Sache? Oh. Das ist die Arsche? Nee. Die sieht ziemlich kaputt aus. Das ist die nicht. Mach mal hier den Raum auf. Ah, die wird hier lang fahren. Hier oben. Aber nicht diese. Diese. Die ist kaputt. Die ist auch nicht gut. Was sind die, die ich suche? Hm. Oh Gott. Wie viele Lieferwege. Da. Dann habe ich wieder klare Sicht. Ja. Sehr gut. Ich bin wieder voll dabei. Oh, Blut. Blut ist nicht gut. Guck mir doch mal rein. Nee, guck mir nicht. So, hier sind also auch keine Arsche zu finden. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal in diesem ganzen Transport. Ja. Das ist ein System. Was ist hier? Oh mein. Da ist ein Knopf. Ein Akku. So, den nehme ich einfach schon mal mit. Man kann ja nie wissen, wie man den gebrauchen kann. So. So. Dann gehen wir da weiter. Oh, oh. Nicht gut. Was ist die denn passiert? Die Arche. Wir können nur genau hier halten. Und wir müssen den Arche be часen durch 5,000 m. Of broken färrel. Und dann durch diese 100,000 m. Of a dust-filled atmosphere. Will die Kacings stand all that pressure? Oh, the odds aren't great Catherine, say something I don't care what you think, I'm launching it No need to be like that, let's just hang on to it for a while and think about it We can launch it later No, that wasn't the deal We needed to save them, to launch it Out there, it's hope Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us Come on, Catherine, it's not asking much Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell No, we launch it today This is my project, my Ark It's bigger than that Don't you get it? It's not for you to decide We're talking about the fate of mankind Get away from the Ark I'm taking it No, you're not I'm not gonna let you ruin this Stop it Guys, calm down Get away from me No What the fuck did you do? It was an accident Catherine, talk to me Catherine Oh God Catherine Did you say something? It's you You had an accident What are you Oh You mean Catherine Don't worry, it's better this way Oh Oh Ein Unfall Hiermit Auf die Kopf drauf Kein Unfall Na ja Okay, das ist Catherine So sah sie also mal aus Interessant How did she die? You got into a fight with your colleagues They didn't want to risk launching the Ark Thought I might not make it through the atmosphere They killed me? I'm sure it was an accident They were just trying to stop you from launch They killed me Ja, das schon eh, ne? So, da ist der Strom Oh, was ist das denn hier? So, also wir brauchen nur noch die Arsche jetzt Ja, das ist der Strom